Musik Seit den 1950er Jahren gehörte Gerhard Brandes zu den wichtigen Vertretern der deutschen Bildhauerei. Neben Kleinplastiken schuf er auch monumentale Skulpturen, die in Hamburg und anderen deutschen Städten im öffentlichen Raum zu sehen sind. In dieser Skulptur setzte Gerhard Brandes das Thema Familie auf eine sehr sensible und ausdrucksstarke Weise um. Liebevoll, fast beschützend umschließen Mutter und Vater mit ihren Armen ihre drei Kinder. Die neue Generation steht im Wortsinne im Mittelpunkt. Dieser Stammbaum wächst von innen, denn diese Generation wird der Ursprung für die Übernächste sein. Brandes entfernte sich bei der Gestaltung der Figuren bereits deutlich von einer realistischen Formgebung. Er abstrahierte die Körper sehr stark und arbeitete auch die Gesichter nicht vollständig aus. Auf diese Weise zeigt er nicht eine bestimmte Familie, sondern lässt seine Skulpturengruppe zum Symbol für alle Familien werden. Sie ist Ausdruck von Harmonie und Zugehörigkeit. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand patiniert und poliert. In einer limitierten Auflage von 99 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Das Original befindet sich in Privatbesitz. Das Original befindet sich in Privatbesitz. Das Original befindet sich in Privatbesitz.